Hallo und guten Tag aus dem Handelshaus Steffen. Unser Neuzugang, eine Corvette C3 Stingray. Herrlicher Originalzustand, seltenes Chrommodell, innen alles noch original, minimale Gebrauchsspuren, also richtig schön top gepflegt. Fahrzeug kommt aus zweiter Hand, aus USA, haben wir importiert, aufgrund der tollen Farbkombination. Klasse, diese abnehmbaren zwei Dachpanel. Ja, wirklich ein schönes Auto finde ich. So, dann schauen wir mal. Herrlich, dieser V8 könnte noch besser eingestellt werden, aber fährt sich schön. Infos auf hs-ultimer.de, das sind hier nur die Gurte. Hehehe. Originalradio nicht zu vergessen, natürlich elektrische Fensterheber. Holzapplikation, die ich besonders schick finde. Ja, wie gesagt, hs-ultimer.de, da gibt es Infos. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt.